So, wir sind auf dem Weg in den Heidelpark. Neuerdings hat der ein Dach auf dem Parkplatz. Geil. Ja, mit unserer Heidelpark Jahreskarte. Wir wollen Desert Race fahren. Im Regen. Später gehen wir noch in die Mazes. Das Neue, das ist sehr gespannt. Wir gehen halt über die Straße. Ah ja, neuerdings ist hier auch auf der Straße. Musik Okay, wir sind jetzt einfach diesem einsamen Mitarbeiter hier gefolgt, weil er meinte, kommt her, es ist trocken hier. Aber wir waren hier auch noch nie im 4D-Kino, deswegen trifft sich das ganz gut. Ach ja, übrigens, an die, die es noch nicht geschafft haben, wir sind nicht im Heidelpark, sondern in Slahaan. Aber wir fahren heute noch in den Heidelpark. Aber ich wollte, what the fuck. Sehr lustig. Aber ich wollte nicht ein extra Video zu Slahaan machen. Und ich dachte mir, ich schneide einfach ein bisschen was ins Heidelpark hier rein. Okay. Ich dachte eigentlich, dass hinter mir sei Nebel, aber es riecht extrem nach Rauch. Ich hatte so eine schöne Chitta-Erlebnis hier. Irgendwas fackelt auch. Das war das zweite Mal dieses Jahr, dass wir währenddem uns irgendetwas brennt, Achterwagen gefahren sind. Als quasi im Rauch Achterwagen gefahren sind. Das riecht hier so... Alter, what the fuck. Das juckt auch wieder kalt. Das ist wie das Riesenrad... Wollen wir das Riesenrad fahren? Im Rauch? Im Rauch? Jetzt stecken wir eh. Stecken wir eh. Ja, es ist jetzt mittlerweile zwanzig nach, viertel nach. Es hat immer noch nicht aufgemacht, aber die meiden, dass es irgendwie wegen dem Feuer ist, das hier war. Ich weiß nicht, wie das im Zusammenhang steht, aber das nehmen sie als Grund, dass das jetzt halt noch nicht auf hat. Egal. Ich wollte sowieso die Schwarzkopf Enterprise fahren und das ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist die geilste Enterprise, die ich je gefahren bin und die schönste Enterprise, die ich je gesehen habe. Und die suchte ich jetzt. Was filmt noch? So, wir holen jetzt noch was zu futtern und gehen, hauen dann ab Richtung Heide Park. Wuhu, Heide Park! Ähm, was wollte ich noch sagen? Wir sind eigentlich nur am Heide Park wie in dem Halloween Event. Ja, ist so. Weil die Buku das echt cool macht und eine neue Mesa, die hoffentlich geil ist. Ja, wir sind gespannt und wir sehen uns dann im Heide Park wieder. Außer es passiert irgendwas komisches. Außer es passiert irgendwas komisches. Mal gucken. Mal gucken. Ich soll ja den Schirm hatten. Hier sind jetzt von dem guten Wetter ins Lachan weggefahren. Der Heide Park. Und es sind. Ja, egal. Es ist ja schon 17 Uhr. Das heißt wir müssen nicht mehr lange. Rechts. Oh, rechts. Ja, wir haben uns natürlich hier wieder so einen Secret Parkplatz geschnappt. Parkplatz-Chaos und so. Um das zu umgehen. Egal, jetzt gehen wir in den Heide Park. Yay! Ja, während Matthias nochmal zurück zum Auto geht und unsere Tickets für die Maze's holt, gehen Matthias und ich schonmal zu der Show. Wir wollen heute die Halloween-Show sehen. Ich habe keine Ahnung, wann sie anfängt und ich habe festgestellt, dass ich nicht weiß, wo ich lang gehen muss. Ich weiß im Heide Park nie vom Eingang aus, ob ich nach links oder nach rechts gehen muss, wenn ich irgendwo hin will. Aber wir gehen einfach ich glaube, alle Wege führen irgendwie dahin. Also, 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 okay, ja, alle Wege führen zum Ziel, aber manche dauern länger, zum Beispiel der, wie wir genommen haben. Und, ja, was soll ich sagen, die Q-Line von der Show oder vor der Show ist schon so lang, dass, äh, dass es schlecht aussieht für uns. Aber egal, wir versuchen unser Glück und sonst gucken jetzt die zweite Show an und sind entsprechend früher da. Okay, wir sind kurz vorm Einlass. Und ich habe keine Ahnung, ob wir noch reinkommen. So, wir lassen jetzt nur noch Leute rein mit dem Vornamen Peter. Ich heiße leider nicht Peter, aber mal gucken, ob ich mich als Peter verkaufen kann. Sieht hier aus. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind drüben, wir sind drüben. Yay! Kommt, lass uns Träume spüren. Aus grenzenloser Ewigkeit. Mit weitem Herzen, offenen Sinnen, durch einen Raum und Zeit. Wir sind drüben, wir sind drüben, Wir sind drüben, Wir sind drüben, wir sind drüben. Shit, trüben, wir sind drüben. Alles, was du antau'n Komm mir zu mir, du bist schon nah Komm, ich zeig' mir heute Nacht Ich ewig werde nicht mehr Woh! Woh! Okay Ja, die Show war dieselbe wie letztes Jahr War ganz okay War ganz okay, kann man sich angucken Jetzt müssen wir zur ersten Maze Hat die Show zu lange gedauert Und Matthias meint, hier kann man nur in die Maze rein In dem Zeitfenster danach nicht mehr Und dann krieg ich Ja, wir gehen ins Grand Hotel Morton Heißt es glaube ich Neue Maze Ich bin sehr gespannt Mal gucken, was uns erwartet So, wir stehen zwar schon beim Asylum an, wo wir eigentlich zu spät sind Wir sind gerade einer riesen Warteschwein vorbeigelaufen Weil wir zu spät sind, egal Wir sind nicht zu spät, bis 19 Uhr Achso, ist noch 19, okay Ja, Grand Hotel Morton Ja Wie hat's uns gefallen? Die Thematisierung ist für die Boot-Crew wirklich super geworden Also ich fand auch die Thematisierung sehr gut Ich fand es halt, wir spoilern, oder? Ich fand einfach am Anfang cool mit diesem Fahrstuhl, wo man rein ging und der so Effekte hatte So Geist und so Ja, also ich fand es cool Das war super Aber dann ist man so in die Katakombenmeer gegangen von dem Hotel So Wäscherei und Küche und so Ja Also von der Story her, so sehr gut gemacht War gut, ja Bisschen groß War aber in besseren Maze zum Beispiel gestern Ja, wir sind natürlich jetzt hammer verwöhnt Aber für Heide Park das beste Maze, was ihr hier habt Und ich freu mich, dass sie mal was Neues haben, weil dieses Inferno, das konnte ich echt nicht mehr sehen Also Aber es ist wirklich gut, die geben sich echt Mühe da Super So, jetzt gehen wir ins Asylum, das kennen wir schon Aber egal, immer wieder cool Mal gucken, ob es heute auch wieder cool ist Bestimmt nicht so cool wie in Toronto Keine Ahnung, ich sage am Schluss, was ich besser fand heute So, wir waren im Asylum Jep, es war leider schlecht Ja, überall sieht man halt Da hätte jetzt als Gereck da sein sollen Da war keiner Sie standen da nur rum und haben mit ihren Ketten da an die Gitter gehämmert Mensch Sehr, sehr, sehr schlecht Das Maze an sich ist immer noch gut Und wo war bitte die Pre-Show? Die war auch aus Ich will die Pre-Show verdammt Die Gruppen waren auch zu groß Das geht einfach nicht Wir haben 2 Euro bezahlt Und es war noch Es war, nicht noch, aber es war schlechter als die letzten Jahre Was soll das? Das war nix Nein Also ich glaube, der Heidepark hat bei mir noch nie so schlimm verkackt wie heute Wir haben eben im Märzhaus Das hatten wir raus gegessen Das Essen war ganz okay Das ging noch Es war eine Krag gefahren im Singrider Und der Mann, der da steht am Express Butler bzw. Singrider Und ich habe in meinem Leben noch Und ich habe in meinem Leben noch nie eine so unfreundliche Person erlebt Also es ist unfassbar Der beleidigt hier Besucher Also ich fass es wirklich nicht Es geht gar nicht so was Der hat absichtlich Der hat absichtlich den Singrider leer gelassen Damit ihr warten müsst da Und hat dann, als er dachte so Oh, okay, jetzt kann ich sie aber mal reinlassen Hat dann aufgemacht Und dann hat er alle Leute reingeschickt Inklusive uns Also ich fass es nicht Ja Ich zeige jetzt halt das, was ich vom Feuerwerk sehe abzumelden Das war's Also ich hab das Feuerwerk gesehen Von Krake aus Er hatte Glück Ein Bild für die Götter Es war der ganze See voll mit Feuerwerk Das freut mich für dich Das Feuerwerk war sehr geil bisher Wir haben es leider verpasst Danke, Heidepa Aber Aber du hattest dann doch mal Er musste so lange warten im Singrider Die waren alle schon längst durch Und er musste so lange warten Und dann habe ich natürlich noch einen Mitarbeiter auf den Singriderplatz gesetzt Genau War du noch Auch noch Auch noch Und dann wollte ein Vater hinter mir noch Dass sein Kind dann vor kann Weil es muss zu seinen Eltern Und habe ich gesagt Nee, ganz ehrlich Wenn du z****** Eltern musst Dann geh aus der Schlange raus Das ist nicht mein Problem Okay, wir werden jetzt gerade zu Scream Weil wir wollen unbedingt nach Scream fahren Und ich weiß, ich hoffe, dass es noch auf ist Ich habe keine Ahnung, wann die hier ihre Attraktion schließen Die Mitarbeiterin bei Kraken konnte es mir auch nicht sagen Beziehungsweise die Expressbrot der Frau, die vor dem Vor diesem Äußerst freundlichen Mitarbeiter da war Aber hier sieht es gerade cool aus Hier ist gerade alles in Rauch Ich glaube, es ist das Rauch vom Feuerwerk eingenebelt Nebel Wir haben alle das Feuerwerk verpasst Aber Ich filme euch das Erst nochmal im Heidepark am 31. Und bis dahin werde ich das Video sowieso nicht schneiden Eben Also ihr geht das Feuerwerk trotzdem Deswegen kommt jetzt Matthias Ocklamer vom Feuerwerk So ein paar Aufstände davon Soll ich eigentlich mit Handy? Ja, was sonst Ja, okay, es geht eigentlich mit der Qualität Hallo Alex Alex, bis auf YouTube Das ist nichts Neues Das ist nichts Neues Das ist nichts Neues Das ist surgeon Das ist neues Das eine Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Matthias, willst du auch? Alex, du willst? Ja, wir sind gerade Scream gefahren. Es hat gerade angefangen zu rechnen, so ein leichter Nieselwege. Und dann waren wir oben und dann waren wir einfach in den Wolken. Ja, wir sind in die Wolken reingefahren. Man hat es einfach gesehen und überall waren diese Schleierwolken. Das war so geil. Geil! Das war so geil. Es regnet ziemlich doll. Und eigentlich wollen wir noch in den Sektor 23. Da gehen wir noch rein. Da gehen wir, wir warten mal kurz ab, ob es vielleicht noch ein bisschen aufhört. Und sonst, Pech. Hab ich schon noch zu fließen. Der Sektor war gerade geschlossen, weil... unter Wasser? Aber jetzt haben sie wieder aufgemacht und irgendeine Einschränkung. Mal gucken, wie sich das gleich auswirken kann. Jetzt sind die Fingur. Die Sektor 23, seid ihr auch mal hier alleine gestiegen. Die Sektor 23. Das sieht wohl aus. Ja, das war's mit Heide Park für heute. Kurz nach neun. Ja, also es wird ja so kommuniziert oder beziehungsweise groß. Überall steht groß. 12 bis 22 Uhr. Aber die Attraktionen schließen um 21 Uhr. Und zwar alle. Und die Wartebereiche schließen die noch früher. Ja, also eigentlich 20, 30. Ja, also... Und die Musik hier ist auch schon alles aus. Und es gibt auch nichts mehr zu essen. Also um 21 Uhr ist hier alles zu. Das ist echt komisch. Also verstehe ich nichts. Einfach nur verarsche. Ja. Ja, allgemein war der Tag jetzt im Heide Park heute nicht so der Hammer. Wir sind auch spät gekommen, ne? Wir sind spät gekommen. Sorry. Wir sind spät gekommen. Wir waren erst um 5 Uhr da. Hat das aber jetzt auch gereicht? Ja. Wie viel öfter hier. Ja, ich war gar nicht im Ghostbusters noch gefahren, weil es da irgendwie neu verteilt sein soll in diesem Indoor. Ja, stimmt. Ja, Heide Park Halloween war leider nicht so ein Erfolg. Im Gegensatz zu den anderen Halloween-Events, auf denen wir waren. Schade. Das haben auch gerade die gehört, die hier verantwortlich sind. Und sie vorbeigelaufen sind. Passiert. Ähm. Ja, außerdem Mazes und das... Ach ja, wir waren noch im Sektor. Haben wir noch gar nicht gesagt. Sektor 23. Sektor war cool. Ist cool. Kostet halt nix. Für umsonst auf jeden Fall mit mir. Ja, kostet nix. Und es wird offiziell als Gersohn betitelt. Aber dafür ist es eigentlich gut. Definitiv. Es ist eher Maze. Ja. Ähm. Und genau, das war's. Wir sind heute nicht viel gefahren. Wir haben nicht viel gemacht. Aber wie gesagt, wir waren später. Und jetzt verabschieden wir uns für das Video aus dem Heidepark. Und nach Hahn. Ja, wir sind heute. Bis irgendwann. Tschüss. Tschüss.